Am Ende des 18. Jahrhunderts gehörte Kalifornien den Spanien. Die kalifornische Bevölkerung wurde von der spanischen Armee tyrannisiert und von den Soldaten auch das Grausamste ausgebeutet. Die Menschen waren ohnmächtig vor Wut, denn sie konnten nichts dagegen tun. Die Soldaten mordeten und plunderten und nichts und niemand konnte sie aufhalten. Sehnsuchtvoll dachte man an die friedlichen Zeiten zurück, als die Spanier das Land noch nicht verwüsteten. Was blieb, war der Traum von Freiheit. Doch wer würde diesen Traum wahr werden lassen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017